Das ist das Wichtigste, um den Kollegen hier abzuhören. Ja, das waren Wächter der Stupe 3. Ich zeige ihn mal ganz kurz. Ganz schön groß. So, ich muss erst mal zu Edal. Denn wir brauchen jetzt ein Waffen. Für Waffensysteme. Basiswaffenmeister einstellen. Sehr gerne. Ziel außerhalb des lokalen Systems. Galaxiekarte ansehen. Ach Mist, jetzt muss ich auch noch außerhalb des Systems reisen. Kein Problem. Wurb nicht möglich, weil... Ich habe keine Wurbseller. Überantrieb hat keinen Treibstoff. Ach... Problem. Doch, gar nicht. Ähm... Ich brauche an die Materie. Verdichtere Kohlenstoff. Shit! Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt saublöd. Mist. Mist, 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 Mist. Das heißt, ich bin einmal und sonst hier startet. Äh... Alles gleich wieder drunter zur Basis. Also Kohlenstoff verdichten. Ja, das war schlichte Plan. Nicht nur schlechte Planung. Das ist auch schlechte Ausführung. Das ist nicht so gut. Mist. Ja. Verdammt. Ich brauche zwei Wurbseller. Ist doch schlimmer. Das heißt, ich muss ganz kurz Kohlenstoff organisieren. Die sind auch nur verdichten. Das heißt, ich brauche Bäume. Ähm... Bäume, Bäume, Bäume machen da hinten. So, das ist der Minenlaser. Lebenshaltung bei 10%. Ja, das würde ich mir langsam auffüllen. Äh... Exer Anzug. Hier ist 45 Sauerstoff worden angezeigt. Dabei habe ich hier. Über 250. Ist auch ein bisschen blöd. Laser. Ja. Ganz ruhig scannen. Metallplatte. Mist. Was ist das? Plus vier Solarenergie-Modul. Na ja. Damit ich wenigstens ein Platz frei habe. So. Okay, damit bekomme ich noch einmal Treibstoff. Diese Treibstoff kann ich im Raumschiff. Dann schüttel ich den Reich weiter. Kein Problem. Das kriegen wir auch gleich hin. Probieren wir erstmal Sauerstoff. Äh... Kohlenstoff. Ja, den muss ich dann eh gleich verdichten. Also ich brauche... Für den Minenlaser brauche ich ein bisschen. Äh... Für die Dings brauche ich auch ein bisschen. Äh... Das war ein Hammer. Er scannt mich. Ja, das war eigentlich vorhin gesucht. Ja. Gab's keinen. Jetzt gibt's den hier an... Und was? Machst du irgendeinen Baum oder so? Zack, sieht die sofort da. Das ist der Hammer. Ich brauche dringend so ein Buggy. Hätte ich zumindest ein kleines Ressourcenlager. Das würde auch alles passen. Nein, Code-Shop passt. Noch Code-Shop passt. Ich verliere nur das Cobrit. Aber das brauche ich nicht. So ein Baum. Nehmen wir noch zwei Bäume mit. Weil ich muss ja wandeln. Und gleichzeitig die Maschinen noch am Laufen halten. Tja, das ist ja das Problem. Haben wir auch. Das Baum nehmen wir noch mit. Das müsste dann auch schon reichen. Das ist das Cobrit, was ich da verliere. Aber das stört mich nicht. So, das haben wir. So, zur Basis flitzen. Dort ganz schnell... Die Maschine befüllen. Wandeln. Zweimal Antimaterie herstellen. Und dann die Ressourcen so verbrauchen, dass ich zwei Slots frei habe. Ich brauche jetzt mindestens zwei freie Slots. Weil ich muss hier Wurzelle herstellen. Zweimal. Ich muss ja einmal hin und zurück springen. Ne, eigentlich nur hin. Weil so kann ich ja mit dem Transporter. Das ist ja jetzt auch nicht das Problem. Hoffe ich mal. Nicht, dass ich mich jetzt komplett verrechnet habe. Es ist halt, ja. Es ist halt ein bisschen doof. Wenn man das halt alles nicht genau... ...durch... ...dacht hat. So, dann komme ich 62 davon. Ganz kurz gucken. Ich habe natürlich einen einzigen Slot frei. Oh, das ist geil. Ähm. Okay, 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 okay. Eigentlich kann ich das Corporate wegschmeißen. Okay, starten kann ich. Oh, ich habe ein Corporate. Das ist gut. Dann kann ich das da rüben schmeißen ins Raumschiff. Ähm. Damit habe ich zwei freie Plätze. Das sollte was werden. So, okay. Also, ich brauche... Nein, die Materie. Ähm. Jetzt kann man hier noch was reinlegen. Und zwar... Das ist halt auch ein Ding cool. Kürbis genau nicht. Pürit auch nicht. Kobold auch nicht. Wasserstoff auch nicht. Natrium. So, nach dem Ferrit-Staub noch. Verwässern. Jetzt habe ich ein Slot frei. Eine Warpzelle. Ab ins Raumschiff damit. Technologie-Überantrieb. Swing. So, dann dasselbe nochmal herstellen. Antimaterie. Antimaterie. Antimaterie-Gehäuse brauche ich dafür. Dazu fehlen mir Steine. Ernsthaft? Äh. Ist egal. Das ist erstmal egal. So. Ich kann zumindest einmal hinspringen und einmal zurückspringen. Das ist wichtig. Das heißt, jetzt starten. Kann ich. in das System reinspringen. Den Waffenhändler holen. Ähm. Zurückwoben. Noch einmal starten. Und dann, ähm. Die Wissenschaftler anfertigen. Gehen wir nicht durch. Sollte ich sie eigentlich haben. Ich fasse alle Basismannschaften. So. Springen lassen wir hier rein. In das System. So. Springen lassen wir hier rein. In das System. Wasserplanet auch. Wasserplaneten haben ganz schön zu ihnen auch. Muss ich sagen. Vorher war das echt eine Seltenheit. Und jetzt in fast jedem System eins. So. Waffenmeister mit Groot rekrutieren. Das machen wir auch auf jeden Fall. Was ist das da hinten? Ein Frachter. Uiuiuiui. Biokasav Station Alpha Raum Station erreicht. So, das Tolle ist, ich kann jetzt meine Nachzucker mal upgraden. Und zwar hier drüben, da seien die V-Gen oder V-Gen-Logierungen, die sie nennen, haben etwas dagegen. Ich hoffe nicht. Das Problem ist jetzt, grade ich hier ab, stecke ich hier in die Fracht oder docke hier in die Technologie, was ja wichtig ist. Ich meine, ich habe haufenweise Lebenserhaltungssysteme, die brauche ich auch nicht, nicht so richtig. Machen wir es mal hier, für 10.000. So, habe ich ein Slot mehr, wunderbar. Schnell drüben, schnell kennenlernen. Basis-Waffenmeister, abgebased damit. Moin. Okay, das ist falsch. Eindringling. Eindringling. Einzige, was er sagt. Das Wesen sah mich erwartungsvoll an. Ja, kurz mal anstarten. Riga wedert meinen Blick eine Zeit lang und wendet ihn dann ab. Als ich gehe, erkenne ich eine neue Form des Respekts in seinen Augen. Ah, okay, wieder was er lernt. So, das ist der Wächter. Der Gagdiener hat mir gesagt, dass du kommen würdest eindringen. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, dessen Blutlust selbst die meine übersteigt. Grah, gemeinsam werden wir für den Traum von Hir und unseren Vorfahren töten. Ja, eine große Wächterjagd beginnt. Komm, lass uns das nötige Krakrak initialisieren. Ja, 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 akzeptiert. Also Glückwunsch, wir haben jetzt einen Wächter. So. Will ich die kennenlernen? Eigentlich nicht. Jetzt kann ich erstmal hier ein bisschen was verkaufen. Und zwar ein Taineratz. Gegenstände aus dem Inventar verkaufen. So. Was brauchen wir nicht? Sternknäuel. Brauchen wir erst einmal nicht. Minion behalten wir. Kupfer. Korpusknäuel behalte ich auch mal vorsieht. Aber Kobold behalte ich auch mal. Und es fährt auch. So. Dann einmal wechseln mit C. Komm, das geht weg. Dieser Clip. Diese komische Substanz geht weg. Dieses Bildnis. Das nervt. Das nervt auch. Das Silber nervt. Das Gold nervt. Das Kobold braucht keiner. So. Jetzt habe ich zumindest ein paar Sluts frei. Die würde ich jetzt alle gerne kennenlernen. Aber die sind mir jetzt alle relativ egal. Ich bin jetzt der Station. Aber ich habe hier keine Warpzelle. Von der Station dann zurückspringen. Und die Wissenschaftler erstmal machen. Erstmal die Wissenschaftler absenden für seinen Sendeturm. Damit der wieder funktioniert. Damit der mir den nächsten Auftrag geben kann. Denn ich möchte ja endlich meinen bescheuerten Bucky haben. So. Das ist mein Raumschiff. Wunderbar. Das heißt noch einmal starten. Schade ist, weil jetzt muss ich einmal mehr starten als ich wollte. Ich wollte eigentlich starten. Raumstation, landen und dann da hinten. So. Ganz kurz die Mission umschalten. Auf Wissenschaftler. Da ist die Sendeturm. Circa. 20 Sekunden. Ja komm, die kann immer fliegen. Also so fliegen. Dort laden wir den hoch. Weil der hat sich abgeschaltet. Weil er ja nicht mehr im Schwarmbewusstsein ist. Auch wenn kann ich da ein bisschen was machen. Aber vielleicht gibt es mir ja dort ein, zwei Rassen, die ich noch nicht kenne. Das ist ja so cool. Den kann ich Wort lernen. Sehr gut. Nicht genügend Treibstoff in der Dings drin. Na super. So, lernen wir erstmal das Wort. Ich seh jetzt schon, dass ich Steine sein muss. Ähm. Diesen guten alten Ferrell Staub. Bissen Stein. Kovacs wird für unmöglich gelernt. Aha. Wusste gar nicht, dass die das haben. Das ist unmöglich. So. Na ja abbauen. Ich kaufe so oder so. Bissen Staub. Ey, das freu ich mich nicht. Aber ich komm dem Bucky immer näher. Das ist das Schöne. Ja. Eine alte Sendeanlage. Hoffen die ist die nicht verschlossen. Haben wir jetzt eine Station. Terminal Online. Äh. Ich bereite mich darauf vor, die Intelligenzkern des Kovacs in den Sendeturm einzufügen. Das Urteil der Konvergenz wartet auf mich. Urteil anhören. Terminal Online Verbindung hergestellt. Fehler. Diagnose Kovacs Wissenschaftseinheit durch Interaktion mit Reisenden beschädigt. Persönlichkeit überschrieben. Anomalie entdeckt. Lösung Kovacs Wissenschaftseinheit von der Konvergenz getrennen. Beobachten, analysieren, ausschalten. Höhe. Hypothese. Wächter. Wächter. Universalfokuse. Gegenmaßnahmen eingeleitet. Risikobewertung. Anthropopisch-galaktische Zerstörung. Wiedergeburt. Fehler. Atlas. Fehler. 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 Sie sehen dich. Hä? Klingt ein bisschen verwirrend. Fehler. Kehre zum Wissenschaftler zurück. Ne, das machen wir gleich. Gibt es aber auch nichts zu mitnehmen. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Oh, hier. Ich könnte das... Bisschen Muni drin. Naja, nicht schlecht. Oh, diese Tiere haben wir. Riesige Wand. Kein, in dem Sinne, Flieger. Schade eigentlich. Okay. Eigentlich müsste Treibstoff reichen. Computer sagt nein. Wir brauchen noch ein bisschen Staub. Dann holen wir uns... ... den guten Heidenstaub. Ist doch... ... unterirdische Relikt. Echt? So schnell? Natrium wird auch erstmal ins Raumschiff übertragen. Ich glaube, Dinky waren wir noch nicht. Muss ich doch. Tja, ne neue Art entdeckt. Dann fehlen nur noch die komischen Flieger da oben. Dann ist dieser Planet komplett abgescannt. So, jetzt erstmal schnell ein paar Steine organisieren. Bisschen Ferrenstaub. Brauchen wir wieder 100, denn ich muss ja mindestens 2 machen. Ich möchte ja nachher dann wieder starten. Kann man. Ja. Aber auch. Auch cool. Alles warm, so wunderschön. Keine Ahnung, wie färrelstaub ich jetzt eigentlich habe, aber ich glaube, das ist so oder so zu wenig. Coolen Stoff brauche ich dann auch noch, weil es nicht identifiziert wird. So, ganz kurz schauen, auf dem Planeten jetzt selbst, so Entdeckung. Eine Art, es ist eine einzige Art, die mir noch fehlt. Irrer. Pflanzenmäßig ganz gut, ein paar Urte haben wir auch. Drei Wegpunkte, es ist wirklich nur noch eins, dann kriege ich 450 Units. So. Kurz zum Exo-Anzug gehen. Kurz zum Raumschiff, die sie würfelt, da reinschmeißen. Ganz schön ein bisschen Kohlenstoff noch organisieren. Kann man eigentlich ran. Kann man nicht genügend Sauerstoff vorhanden ist. Nicht das Problem. Raumschiff. Sieht auch interessant aus. So, erstmal eine weitere Wurmzelle. Jetzt darf ich schon mindestens einmal in ein System wurben. Ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt ganz schnell Sprit organisieren. Dazu brauchen wir Metallplatten. Noch mehr Metallplatten. Was mach ich denn? So, hier ist das Raumschiff. So, zweimal starten, zweimal landen. Sehr gut. Dann ein bisschen Kohlenstoff organisieren. Dann nachts auf Basis. Wissenschaftler abfertigen. Konstrukteur abfertigen. Dann noch die Mission holen für den na, sagt schon, diesen Maikin. Diesen, ich kann mich jetzt nicht auf den Namen. Waffenhändler. Ja, und dann mal schauen. Müsste auch schon reichen jetzt eigentlich. So, einmal gestartet. Ich glaube, danach kann ich schon gleich das nächste Modul bauen, um halt den nächsten Saft zu machen. Dabei müsste ich mal Glas irgendwie bauen, damit ich irgendwie so ein Glasfenster habe. So viereckige Räume bräuchte ich. Warte, ich habe jetzt den letzten Fahrzeug nur an der Basis rumgeschraubt. Für ein Fahrzeug. Bedarf doch nicht wahr sein. Bitte einmal hier landen. Wunderschön gelandet. Dann jetzt die kommende Basis. Den erstmal hochladen. Das Gehäuse der göttlichen Atlas-Entität Novovich sitzt vor mir und wartet auf die Wiederverbindung. Er ist im Laden gern gefangen. Ich weiß nicht, wie weit der Kovacs die Begegnung beim Sender verarbeitet hat. Kann wieder einsetzen. Wiederverwendung, äh, Wiederverbindung des Gehäuses, Hülle online. Ich soll den Kovacs-Link nicht länger aufhalten. So, das ist eine Zeit. Verbleibende Zeit, offline, eine Stunde. Ruf das Protokoll auf, um eine andere Aufgabe zu wählen. Naja, damit das ja kaputt ist, funktioniert aber schon gut, muss man schon sagen. Langsam kommt alles zusammen. Wir sind jetzt bereit, einen Gag-Farmer aufzunehmen. Och, ernsthaft? Ich habe auch schon den Vertrag aufgesetzt. Jetzt musst du nur das nötige Solanium, was ich gerade verkauft habe, für die Fertigung einer Werkstatt sammeln. Äh, verlangt mehr Selbstvertrauen und möchte mein Zuhause erweitern. Ich kann schwer widersprechen, da ein Farmer völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Aufsehe, benötigt Landwirtschaftsterminalpläne. Ach, ja. Schöner Mist. Schöner Mist. Würde mich ankotzen. Würde mich echt ankotzen. Eigentlich bekommst du das Fahrzeug viel früher. So. Die Anlagen sind wunderbar, aber sei gewarnt, da wir keinen alle Welten auslöschen, indem wir nur den geringsten Hinweis auf Waffenproduktion finden. Schätze dich glücklich, dass ich dein Freund bin. Die Gewalt muss beendet werden. Das ist der Weg von Juantar. Das ist der Weg von Hirk. Wenn das Murden beendet ist, wird die letzte Waffe auf uns Wikinen selbst abgefeuert. In Erfüllung unserer heiligen Pflicht. Das Zeichen des Friedens bietet mir der Waffenmeister einen Bauplan für meinen Gefahrten-Schutzhandschuh. Er möchte unbedingt zeigen, dass er mehr ist als ein einfacher Krieger-Schutzhandschuh. Nehmen? Trag sie mit Stolz. Der Oberkommando würde es mir nicht erlauben, hier ansässig zu werden und meine Bestimmung zu ignorieren. Ich habe in der Nähe eine Waffenfabrik entdeckt und sie zu sabotieren würde unser Wert beweisen, wie du dort bist. Lernst du vielleicht etwas Nützliches über dich selbst? Ernsthaft? Ja, komm, ich akzeptiere. Sammle Solarium. Komm, na super. Erstmal kann ich noch Raum bauen. Weil hier muss dann der Gärtner rein. Verdammt. Ja. Ich gehe mal schnell nach unten. Bauen wir das mit den Leiter hin. Sonst kann ich auch von hier nach oben laufen. Und hier kommt dann der Gärtner rein. Und ich habe immer noch kein Fahrzeug. Der ist eine Stunde offline. Der will, der ich jetzt Solarium kaufe, was ich gerade eben noch verkauft habe. Das ist ja schlimmer. Und der andere will, der ich eine Waffenfabrik sabotiere. Die Waffenfabrik ist wo? Da ist er. Ankunft 18 Minuten. So ein Mist. Dann bis jetzt in der nächsten Folge. Ciao.